Ja, weil wir nicht gut sind. Und das ist alles. Ja, dachte ich mir. Ne Stierröp jetzt. Ne Stierröp jetzt. Ne Stierröp jetzt. Okay, ähm. Mhm, natürlich. Okay, drei Schüsse und dann ist gut. Drei. Ey, hab drei gesagt. So. Oh, du kannst mal schön am Popo schmatzen, ey. Ne, 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 ihr müsst keine Nacht übertragen. Nein, weißt du ja, haut jetzt auch mal das ganze genannte Arsenal raus. Oh, ihr Behinderten. Was, was ist das, ey? Ah, das ist ein Taschenlamp, stimmt. Die sind nervige Taschenlampen, ey. Ah, tschüss. Geil. Ne neue Waffe. Ne neue Waffe. Ne neue Waffe. Eiskanone. Ne neue Waffe. ste, die kaufen wir, glaube ich, mal instantay. Wettbein, ich kann da jetzt irgendwas einfrieren. Irgendein... ...penis... ...maschine... ...weiß auch nicht. ...es Haushaltsgerät. Ne, ne, Eiskanone... ...gekauft. Schmacht ist geil, Alter. Voll ein krasse Wort. Ich hoffe nur, dass die Tür hält. Das ist ja mal ein wütender Aktenvernichter. Das verstärkte Glas hält. Vor dem sitzen ein paar Wissenschaftler fest. Kannst du mich mit ihm verbinden? Sekunde. Okay, sie sollte dich über den Lautsprecher hören. Ähm, hallo. Hier spricht Special Security Agent. Darwin, geht es Ihnen da in der Tat? Nö. Noch, ja. Aber wir sitzen in der Falle. Dank deiner genialen Idee. Du dachtest, meine Chips wären das Problem. Aber jetzt wissen wir es besser, nicht wahr? Okay, keine Bange. Ich werde Ihnen helfen. Bleib dir ganz ruhig. Okay, Juarez. Ich habe noch ein anderes Problem. Ich komme nicht an die dritte Luftschleuse heran. Und welche Alternativen? Ich sehe keinen anderen weg. Am besten gehst du zum Sicherheitsraum und suchst dort noch eine Alternative. Okay. Ja, komm. Junge. Ich stirb jetzt. So, tschüss und tschüss. Ja, jetzt ist noch meine Frage. Okay. Ah, das war mir doch gut. Hey, ja. Okay. Ähm. Auwea. Das kann ich machen. Gar nichts kann ich machen. Toll. Das ist überaus sexy. Da wartet es irgendwo. Das ist David. Ja, Aua. Danke. Also ab und zu nicht denke ich echt. Mir wurde das Hirn zufälligerweise irgendwie reingestopft aus irgendeinem Material. Ja. Tschüss. Ja. Ganz bestimmt. Ja, komm. Stirb jetzt. Äh, du tschüss. Lustige. Richtig lustig. Richtig witzige. Ich lache mir vollen Arsch ab. Man hört es vielleicht auch. So. Los rauf. Gut. Ich stehe ab jetzt, fall runter Tschüss Oh je Ah, das ist diese Ruhe von uns vorhin Ja, alles klar Fliegen einfach mal nicht hoch, nein, nein, das ist gar nicht nötig Ah, das ist gar nicht nötig Äh, ja, ich verstehe Ich gehöre zu einem Team, das sich darum kümmert Aber können Sie mir einen anderen Weg verraten, der um diesen Bereich herumführt? Ich komme nicht durch die Luftschleuse Nein, es gibt keinen Die Luftschleuse ist der einzige Weg Ja, außer Sie leiten die Brutluftröhre rum Um so die Luftschleuse zu überwinden Aber um da reinzukommen, müssten Sie etwa die Größe eines Wehrstandes haben Viel Glück dabei Ähm, danke Sollen wir hier drin bleiben, bis jemand diesen Aktenternichter aufhält? Ja, bleiben Sie fürs Erste genau da Ich werde das SWAT-Team wissen lassen, dass Sie dort sind Mit den Druckluftröhren kann Darwin schnell die Anlage durchqueren Stelle dich auf einen Kontrollschalter, um ein Ziel auszuwählen Setz dann in die Röhre und drücke die Kontext-Taste Okay, ein kurzer Cut Jo, es geht weiter Da musst du kurz Cut machen, weil da der Nachbar meinte, du musst jetzt irgendwie Kinder zersägen oder so Keine Ahnung Benutzen Ui Wow Was hast du gerade Ich hab nichts gesehen, wenn du auch nichts gesehen hast So geht's auch, Frau Werth Jetzt müssen wir uns aber kurz was an die Option machen Ich hoffe, ich nenne einfach, dass ich es bis dahin zu leise Das dürfte interessant werden So Okay In der Nähe der blockierten Luftschleuse zu Produktionsphase 3 sind Wissenschaftler eingesperrt Nein, weißt du, ich hab jetzt nicht wirklich schon zehnmal mit denen gelabert Ey Gehst du jetzt mal kaputt hier? Tschüss Bounce Ey Kawusch Okay So Ja Ach Nein, dran Auf dem Stuhl sitzen Nee Man kennt dort ja Man geht mal kurz weg vom Plc Da ist die ganze Bequemlichkeit am Arsch Oh yeah Ich bin Special Agent Darwin Und mein Vater, der heißt Darwin Ja, ich kann nicht gut singen Da werde ich mich gleich umbringen Ja, ich weiß, ich rappe es als Haftbefehl Ja Ähm Jo Kennste Ja, putzen doch mal Ey, ich schlag dich grün und pink Mach dein Popo kaputt Okay Gesundheit, Gesundheit auffrischen, Munition, Munition auffrischen Ich hoffe Oh ja Ich bin secondly